Ansel, Glaube, Liebe, Hoffa Ist Ansel krank oder nicht? Ich glaube, der Ansel weiß ja eben selber nicht, ob er, man wird sich krank oder einfach gut ist. Ja, objektiv kann man ihn nicht als krank, aber auch nicht als nicht krank. Deswegen muss auch die Medizin hier passen. Ich bin eine tickende Zeitbombe. Ich habe mich programmiert. Ich werde ihn 14 Minuten 30 Sekunden detonieren. Du sollst nicht detonieren. Ich wiederhole, du sollst nicht detonieren. Das ist ein Befehl. Ins Kastan, bald dein Fall. Ins Kastan. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020